Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesgeheimnis am 27. März 2018 Heute ist Thema Nummer 1, Karma. Es sind nicht nur die alten karmischen Erinnerungen oder Begegnungen von früher, also karmischen Begegnungen, sind möglich, sondern die Neuland, die Erkenntnisse, die neue Erkenntnisse, unseren Platz zu finden in unserem Leben. Das bedeutet, das aktiviert etwas an uns und wir haben dieses Bedürfnis nach unserer Berufung zum Leben oder glücklich zu sein in die Liebe Partnerschaft. Oft sind es karmischen Erinnerungen und karmischen Begegnungen, das in Ordnung zu bringen. Wenn das wirklich die wahre Liebe ist, befestigen, wenn das nichts ist, dann lieber das Loslassen davon trennen, weil das ist auch eine Art Befreiung. Und diese Veränderungen sind gerade da und das beeinflusst unseren Gefühlen und auch die Erinnerungen, diese karmischen Erinnerungen. Und das ist heute sehr spürbar. Und Saturn wirkt heute auch, gerade in diesen karmischen Themen. Und da haben wir immer Lernaufgaben dabei. Und es wird heute uns erteilt. Und das war meine heutige Tagesbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.